Wir zeigen gemeinsam Stärke, wir zeigen den Altparteien, dass wir da sind. Wir gehen zusammen auf die Straße. Glück auf! Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Es geht darum, dass auch unsere Kinder in unserem Land in Freiheit, in Demokratie und in Sicherheit leben können. So wie wir in diesem Land aufgewachsen sind, so sollen auch in Zukunft unsere Kinder leben. Deutschland ist in großer Gefahr. Sowohl die Masseneinwanderung wie auch die Bedrohung durch die Euro-Krise stellen Deutschland vor ganz große Herausforderungen und bedrohen unsere Zukunft. Nur die AfD ist in der Lage, hier dem Wirken der Altparteien entgegenzutreten. Kommt am 27.05. nach Berlin zur Demo. Dort machen wir deutlich, dass wir keine Zuwanderung in unser Sozialsystem wollen. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020